Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren neuen Aufnahme Session von Rise of the Tomb Raider. Wir sind auf dem Weg nach Kitesh und wir schauen mal, ob wir Kitesh heute zu Gesicht bekommen. Falls euch übrigens die Folge gefällt, gerne einen Daumen nach oben da lassen, vielleicht auch ein Abo. Würde mich echt freuen. Faszinierend. Dekop, ich geh jetzt rein. Was werde ich dort unten finden? Seitdem mein Volk den Weg vor Jahrhunderten versiegelt hat, war niemand mehr dort. Aber es sollte sicher sein. Zumindest bis sie das Orrery erreichen. Orrery? Gehört es zum Observatorium? Ja. Meine Astronomen haben es erbaut, wo die Unsterblichen die alte Stadt begruben. Sie müssen mit seiner Hilfe den Eingang nach Kitesh öffnen. Okay. Haben wir jetzt wieder einen Begriff gefunden bzw. gehört, der ganz interessant klingt. Und zwar das Orrery. Gehen wir mal hier rein. Gehen wir mal hier rein. Das ist unglaublich. ja das sieht richtig gut aus das sieht aus als könnte ich das an seinen platz ziehen ok jetzt sind wir erstmal hier drauf ja Okay, so kommen wir erstmal nicht weiter. Ich habe auch eine Idee. Wie gehen wir das so hin? Okay, das ging aber ganz schön tief runter. Es muss doch so gehen, oder? Ja, so. Okay, ich sehe es gerade. Nein! Wir müssen noch ein bisschen was machen hier. Also was zurecht. Ziehen. Erstmal das hier. So. Dann das hier. So, scheinbar haben wir es jetzt geschafft. Wow. Das war knapp. Es ist versperrt. Ich muss nur den Mechanismus lösen. Ja. Da. Das war knapp. Ja. Ja. Und dann. Aber. Und dann. Und dann. Und dann. Dann. Und dann. die mongolen zerstörten alles und die stadt versank unter dem eis wieder griechisch jacobs volk war seiner zeit voraus pass auf wo du hin zu sein Auf alle Fälle ist sehr, sehr interessant. Nein! Oh! Das sah nicht gut aus. Okay, wie kommen wir jetzt hier weiter? Komm doch mal. Da irgendwie hochkommen, ne? Nein! Ah, was macht denn die? Was macht denn die daran? Was macht sie denn? So, jetzt. So, jetzt müssen wir aber echt aufpassen hier. Alter. Okay. Können sie sich hochziehen? Boah. Ah, okay. Hier. Oh, das war knapp. Aber wir kommen vorwärts. Kommen langsam, aber sicher vorwärts. Scheiße. Wir hätten jetzt, glaube ich, springen müssen, ne? Ja. Jawoll. Okay. Jetzt muss ich es bis ganz nach oben schaffen. Jetzt muss das Timing stimmen. Naja, erstmal gehen wir hier rein. Da ist nämlich tatsächlich noch sowas wie ein Grab oder sowas. Mein Kodex über die fortschrittliche Bogenschusstechnik aus Byzanz. Ja. 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 Okay. Was ist das? Glocken. Die alte Stadt ist nah. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das?